Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit der aktuellsten Firmware der 2K Plus Kameras die Alarmbereiche einzeichnen können. Denn anders wie es vorher war mit den rechteckigen Bereichen, ist es jetzt möglich, die Bereiche frei in das Bild einzuzeichnen. Voraussetzung ist, dass Sie die neueste Firmware installiert haben. Sie gehen am besten hier oben einmal auf die Einstellung, dann hier auf den Menüpunkt System und dort dann auf Firmware Update. Schauen Sie, dass Sie die neueste Version installiert haben. Um die Alarmbereiche frei einzeichnen zu können, ist die Firmware 2.2.0 erforderlich oder quasi neuer. Wir gehen jetzt anschließend hier einmal auf den Menüpunkt Alarm, dann auf Bereiche und hier sehen wir jetzt quasi wie vorher auch unsere vier Default-Bereiche. Ich habe das Ganze jetzt hier zuvor schon einmal zurückgesetzt. Das heißt, im Auslieferungszustand hätten Sie hier vier rechteckige Bereiche, die eingezeichnet sind. Und was Sie jetzt hier bei den Bereichen sehen, sind einmal vier so kleine runde Eckpunkte. Standardmäßig ist hier auf der rechten Seite der Bereich 1 vorausgewählt und möchten Sie in einen anderen Bereich bearbeiten, zum Beispiel Bereich 2, dann würden Sie diesen hier auswählen. Und dann sehen Sie, kommen jetzt die Punkte hier an den blauen Bereich und wir können den einfach mit der Maus einmal die Maustaste gedrückt halten. Dann können wir diesen Bereich quasi hier verschieben und jetzt entsprechend einzeichnen. Ich wähle nochmal Bereich 1, das heißt hier unser roter Bereich, den können wir jetzt auch nochmal verschieben. Und jetzt drücken wir einmal hier auf einen dieser blauen Punkte drauf und Sie sehen jetzt schon, jetzt können wir das quasi ganz frei hin und her bewegen, wo wir möchten. Vorher waren das quasi immer nur Rechtecke. Jetzt nehmen wir unsere Punkte und tun die hier zum Beispiel über die Tür platzieren und können so quasi die Tür überwachen, wenn hier jemand rein bzw. raus geht. Wir könnten das natürlich auch über die ganze Tür ziehen. Ich erkläre aber kurz den Grund, warum ich das nicht mache. Zum einen, die Person wird immer nur maximal bis hierhin von der Größe her sein, das heißt hier oben würde sich nie irgendwas verändern. Der andere Punkt ist, dass die Person hier die Treppe hochkommt, hier die Tür reinläuft, also wo ich mit der Maus gerade drum herum fahre. Und dieser Teil hier ein festes Glaselement ist, was sich quasi so nicht verändern wird. Das heißt, wir wollen ja, dass eine Person möglichst viel in einem Bereich verändert, damit dieser quasi auch immer ordentlich auslöst. Und dementsprechend zeichnen wir den Bereich dann von der Größe so ein, dass wirklich nur die Tür markiert ist. Und wenn da sich jetzt jemand vor der Tür bewegt, dann wird entsprechend ausgelöst. Man hat hier auf der rechten Seite die Empfindlichkeit, die man einstellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Empfindlichkeit auf 80 stelle, würde das bedeuten, dass sich in dem roten Bereich 20% verändern müssen oder mehr. Damit ausgelöst wird also immer der Rest zu 100 bei dieser Empfindlichkeit ist das, was sich letztendlich verändern muss, um auszulösen. Es gab vor einiger Zeit noch schon mal ein Update, wo die Empfindlichkeit von den Alarmbereichen nochmal angepasst wurde. Während wir es ganz am Anfang so hatten, dass es wirklich pixelgenau quasi eine Veränderung stattfinden musste. Also diese 30% mussten wirklich an Pixeln sich verändern. Damit ausgelöst wurde, haben wir das jetzt so angepasst, dass es jetzt eher für den Kunden, also wie das, was man sieht, sich quasi 30% verändern müssen und nicht mehr ganz das ganz genau seitens der Pixel sein muss, die der Kunde letztendlich quasi nicht sieht. Das heißt, wenn man jetzt mit einem bloßen Auge sieht, dass sich hier 30% oder mehr verändern, dann kann man halt das Ganze hier dann zum Beispiel auf 70% einstellen. So, dann haben wir hier noch die anderen Bereiche. Also insgesamt haben wir vier Bereiche zur Verfügung. Ich zeichne die jetzt einfach mal ein. Wir machen jetzt hier einmal, ich mache das jetzt einmal gerade als ein schlechtes Beispiel, nur um Ihnen dann zu zeigen, was wir hier besser machen können. Wenn Sie jetzt denken, okay, ja, ich will hier meine Einfahrt überwachen und mal in diesen Bereich hier so rein, dann ist das zwar okay, aber ein Auto, wenn jetzt hier ein Auto reinfährt, hat das Auto auch eine gewisse Höhe oder eine Person, die jetzt hier reinläuft, hat eine gewisse Höhe. Das heißt, würde ich jetzt, ich nehme jetzt mal hier den Bereich 4, einfach nur, um Ihnen das mal zu veranschaulichen. So, wir machen das einfach mal von der Größe her, als wäre das jetzt eine Person. So, ich bin jetzt die Person, ich bin jetzt das Gelbe, ich laufe jetzt hier rein, bin noch theoretisch noch ein bisschen zu groß als Person. Jetzt laufe ich hier rein und laufe hier zur Garage. Sie sehen jetzt schon, wie viel Prozent sich hier verändern. Also nur hier unten in dem Bereich, wo quasi meine Schuhe sind, würde sich jetzt in dem blauen Bereich etwas verändern. Hier oben ist ja der blaue Bereich nicht, das heißt, da würde sich nichts verändern und das ist halt nicht so gut. Das heißt, wenn wir hier diesen Bereich überwachen wollen, dann wäre es besser, wir würden halt den auch entsprechend etwas höher einzeichnen. Und hier kann man jetzt, also wir haben ja einmal diese vier Punkte, die Sie sehen. Sie können aber problemlos mehrere Punkte noch hinzufügen. Und zwar halten Sie dafür einfach entweder an der Tastatur die Shift-Taste gedrückt und fahren dann hier über diese Linie. Dann sehen Sie so ein kleines Pluszeichen. Da können wir einmal draufklicken. Wenn wir die Shift-Taste weiterhin gedrückt halten, nochmal drüber gehen, können wir das mit dem Minus, diesen Punkt auch wieder wegnehmen. Beziehungsweise können wir hier halt jetzt auch mehrere Punkte setzen. Und jetzt können wir den zum Beispiel hier so nehmen, hinziehen. Den anderen nehmen wir und tun ihn so hinziehen. So, und wenn ich jetzt nochmal den gelben Bereich nehme und ich laufe jetzt hier nochmal durch, sehen wir halt, dass sich da auch schon quasi in dem Bereich jetzt hier mehr verändert. Und genau, jetzt müssen wir einfach schauen dann, wie viel Prozent wäre das, wenn ich jetzt das hier die Person bin, die ich da das verändere, würde ich jetzt einfach mal das Ganze auf zum Beispiel 85 stellen. Das heißt, 15 Prozent müssten sich verändern von dem blauen Bereich. Wenn man ganz sicher gehen will, könnte man es auch auf 90 stellen. Muss man sich ein bisschen rantasten, einfach ein bisschen gucken. Ein Kind zum Beispiel ist natürlich etwas kleiner zu sehen als vielleicht eine erwachsene Person. Also verändert vielleicht auch nicht ganz so viel. Von daher einfach ein kleines bisschen höher einstellen, um dann auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten, das, was ich Ihnen eben gerade gezeigt hatte, ich nehme jetzt nochmal hier den Bereich 4 und den hier vorne nochmal hin, was ich Ihnen gerade gezeigt hatte mit der Shift-Taste auf der Tastatur, das können Sie auch hier unten mit den Tasten machen. Wir haben einmal hier die Hand, um den Bereich quasi zu verschieben oder um diese Punkte entsprechend anzuordnen. Wir können hier aber auf das Plus gehen und können jetzt hier einfach über die Linie drüber fahren, ohne dass wir die Shift-Taste drücken und können quasi hier einen Punkt hinzufügen. Wir können auf das Minus gehen, können diesen Punkt quasi entfernen oder halt einen neuen hinzufügen. Und ansonsten gehen wir anschließend hier auf die Hand und können jetzt diesen Punkt dann nehmen und ihn entsprechend hier quasi dorthin ziehen, wo wir ihn quasi hinziehen möchten. Genau, das ansonsten, wenn man, wenn Sie das Ganze auf zum Beispiel in einem Tablet öffnen oder, also wenn Sie die Web-Oberfläche öffnen, direkt mit der IP-Adresse über den Web-Browser, dann haben Sie dort halt auch die Möglichkeit, diese Punkte hinzuzufügen. Da haben Sie natürlich jetzt keine Shift-Taste. Da wäre es dann so, da tun Sie einfach quasi mit dem Finger ansetzen hier innerhalb des Bereichs und dann einmal über die Linie nach draußen rausziehen, dann haben Sie den Punkt hinzugefügt. Und wenn Sie den Punkt wegmachen wollen, würden Sie den Punkt nehmen, aus dem Bild rausziehen und dann wäre er weg. Also so wäre es auf dem Smartphone, beziehungsweise wenn Sie halt die Insta-Vision-App nutzen, da wäre es dann genauso, dass man halt im Bereich ansetzt und kann dann hier über die Linie drüber fahren, würde dann einen Punkt hinzufügen oder halt den Punkt dann aus dem Bild raus, um ihn zu entfernen. Ansonsten würde ich empfehlen, wenn Sie es halt am PC einstellen, die Shift-Taste zu verwenden. Das ist die schnellste Möglichkeit, um das Ganze einzuzeichnen. Ich nehme jetzt einfach nochmal hier den Bereich 3, das heißt wir nehmen den nochmal, machen den jetzt einfach mal hier, machen den hier so einmal komplett drüber und nehmen jetzt nochmal hier unseren Bereich 4, den können wir jetzt auch nochmal hier vorne einfach nochmal so drüber einzeichnen und dann tun wir das Ganze einmal schon mal speichern. Beim Bereich 4 haben wir jetzt hier zum Beispiel das Auto stehen, das können wir jetzt einfach als eine Referenz nehmen, wie viel Prozent sich quasi verändern müssen. Das heißt, hier haben wir jetzt auf Bereich 4 ist auf 90 eingestellt, 10 Prozent müssen sich verändern, wenn jetzt hier ein Auto parkt. Ich denke, das ist ganz okay. Hier hinten könnte es natürlich kritisch werden, wenn jetzt hier ein Auto parken sollte, wobei das Auto dann hier wahrscheinlich halt auch auf der Straße mehr stehen würde, so dass es eigentlich okay sein sollte und wenn hier vorne ein Auto parkt, verändert es natürlich mehr in dem Bereich, als wenn das Auto jetzt ganz hier hinten dann parken sollte. Genau, ansonsten, also Empfindlichkeit, schauen Sie da einfach drüber, dass Sie das immer von der Größe von der Person ausgehen oder halt vom Auto, je nachdem, was Sie quasi erkennen möchten. Wenn Sie natürlich jetzt kleine Tiere oder sowas auch noch erkennen möchten, müssen Sie die Empfindlichkeit entsprechend hochstellen und wenn Sie das Ganze dann eingestellt haben, können wir hier auf Übernehmen gehen. Ich tue das Ganze einmal dann schließen. Das können wir entweder hier oben mit dem X tun oder hier unten können wir auf Abbrechen gehen. Ansonsten, Sie finden hier auch nochmal eine Online-Hilfe. Wenn Sie hier auf das Fragezeichen gehen, das finden Sie auch in jedem anderen Menü von der Web-Oberfläche. Da öffnet sich dann einfach eine Hilfeseite nochmal. Wo Sie nochmal alles auch erklärt bekommen und halt auch die Werte erklärt bekommen, was ist was, wie man die Knotenpunkte hinzufügt, entfernt. Also da können Sie notfalls auch nochmal reinschauen. Ich tue das jetzt hier einmal schließen und zeige Ihnen jetzt einfach nochmal, was Sie dann quasi machen können, um jetzt die Alarmbereiche dann nochmal zu überprüfen. Das heißt, ob die quasi auch auslösen, dafür gehen Sie auf System und gehen hier auf System Logbuch. Und hier haben Sie jetzt einfach nochmal eine schöne Möglichkeit zu sehen, welcher Bereich löst aus. Löst der Bereich überhaupt aus. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon, wir haben jetzt hier die verschiedenen Uhrzeiten, haben hier unsere Bereiche, die quasi ausgelöst haben. Und man sieht jetzt halt hier auch, dass der PR und die Alarmbereiche oder der Alarmbereich quasi was erkannt hat und dadurch ausgelöst wurde. Und da zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz, dass Sie hier unter Alarm und Aktionen haben Sie quasi den PR-Sensor. Das ist der Bewegungsmelder, der an der Kamera quasi dran ist. Wir können das Ganze hier mit den Bereichen koppeln und können hier unten dann auch nochmal die Bereiche eingrenzen. Also wenn wir wollen, dass die mit allen, alle Bereiche quasi gekoppelt sind, dann würden wir das Ganze so einstellen und abspeichern. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel, haben wir hier hinten die Tür gehabt, da, man sieht jetzt schon, da ist hier eine ganze Straße noch und da hinten ist noch die Hecke. Das heißt, die Chance, dass der PR-Sensor hier hinten eine Person erkennt, ist etwas gering. Das heißt, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, den Bereich 1, den wollen wir quasi nicht koppeln, sondern nur Bereich 2, 3 und 4. Dann können wir das Ganze abspeichern und somit würde dann der Bereich 1 nur softwareseitig quasi agieren, das heißt, beziehungsweise auslösen. Das heißt, wenn die Kamera dort was erkennt in dem Bereich 1, würde sie auslösen, egal ob der PR etwas erkannt hat oder nicht. Und bei den anderen Bereichen wäre es so, nur wenn der PR-Sensor als auch die softwareseitige Bewegungserkennung was erkennt, nur dann würde ausgelöst werden. Und wenn Sie sich, also wenn Sie dann das Ganze eingestellt haben, ganz, ganz, ganz sicher sind, dass alles immer auch zuverlässig auslöst, lassen Sie es ruhig ein paar Tage laufen. Dann kann man später auch noch, also wenn Sie feststellen, Sie haben Fehlalarme, dann können Sie später auch noch die Objekterkennung aktivieren und hätten dann die Möglichkeit zu sagen, dass Personen vorausgesetzt werden sollen oder Fahrzeuge. Das heißt, nur wenn eine Person im Video auch erkannt wurde, dann soll das als Alarm quasi ausgegeben werden und gespeichert werden. Dafür müssten Sie aber wirklich sicher gehen, dass die Bereiche und auch der PR-Sensor immer korrekt auslösen. Das heißt, stellen Sie das erst mal als solches ein und wenn das alles funktioniert, können Sie halt diese Personen- und Fahrzeugerkennung einfach noch mal als eine Art Filter dann aktivieren, um entsprechend Fehlalarme zu vermeiden. Ansonsten, wenn Sie feststellen, dass ein Bereich eventuell nicht so gut auslöst, es kann entweder an der Empfindlichkeit des Bereichs liegen oder es könnte halt auch daran liegen, dass eventuell der PR-Sensor an dieser Stelle einfach nicht so gut erkennt. Und wenn Sie das noch mal testen wollen, dann können Sie halt diese Kopplung als auch den PR-Sensor deaktivieren bzw. den PR-Sensor vielleicht aktiviert lassen. Und wenn Sie dann entsprechend durch den Bereich durchgehen, schauen Sie dann einmal unter System und System Logbuch, was ich Ihnen vorhin gezeigt hatte. Dann können Sie dort einfach noch mal prüfen, ob der PR-Sensor was erkannt hat und ob der Bereich was erkannt hat, bzw. wenn der eine oder das andere nicht ausgelöst hat, würden Sie es dann spätestens dort sehen und können dann entsprechend gucken, ob man die Kamera vielleicht ein bisschen anders positioniert, damit der PR-Sensor was erkennt, oder ob man halt die Empfindlichkeit des Bereichs noch mal erhöhen muss, damit der Bereich entsprechend auch auslöst. Ansonsten hoffe ich, dass es soweit Ihnen geholfen hat, die Bewegungserkennung der Kamera ordentlich einzustellen. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch beim Video, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie dann beim nächsten Video wieder mit dabei sind. Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen und viel Spaß mit Ihrer Kamera. Einen schönen Tag.